Ja, Samstag geht's wieder los. Der SV Darmstadt 890 spielt beim 1. FC Köln. Bundesliga-Auftakt, leider ohne Kapitän Aytac Zulu, der verletzt ist, an der Wade verletzt seit dem Pokalspiel in Bremen. Trifft auf einen alten Bekannten, die 98er. Konstantin Rausch spielt mittlerweile für den 1. FC Köln, freut sich auch sehr auf das Spiel. Norbert Meier freut sich drauf. Die Mannschaft freut sich drauf. Keiner weiß so wirklich, wo er steht. Erstes Spiel. Hunderte Darmstädter Fans sind unterwegs per Schiff nach Köln. Und schauen wir mal 50.000 Zuschauer. Tolle Stimmung in Köln. Wird bestimmt ein super Spiel. Samstagabend hoffen wir auf ein gutes Ergebnis.